Musik Musik Schöne gute Nacht, Kinder. Ja, 0 Uhr 4. Also ist ja eigentlich der 20.12. jetzt. Müsste mir gerade danach einen Adventskanon zur Tür schon aufzumachen. Ja, scheiß auf die Konvention. Oh, bis morgens warten. Ich habe gerade Bock drauf. Außerdem, wir Männer sind ekelige Kinder und ewig neugierig. Und könnte ja ein Spiel sein, könnte ein Film sein. Mir ist gerade danach irgendwie, ich mache das Ding jetzt einfach mal auf. Ja, scheiß drauf. Gamespot Fun steht schon mal irgendwie drauf. Also scheint dieses ein Spiel zu sein. Kunamen. Geil, Metal Gear Solid, der zweite Teil. Spiegelt ein bisschen so, ja, so ist besser. Cool, hat der Franz richtig, ersten Teil hat ich drin hier, ja, nur den ersten Teil hatte ich ja schon mal drin hier. Geil. Och, das ist ja richtig umfangreich. Auf zwei CDs so, ja, das Ding. Guck mal da, alle drinnen, wie es sich hier hört. Coole Sachen. Da muss ich echt mal anfangen, Metal Gear Solid zu spielen. Na, jetzt mal wieder zu hier, irgendwie. Haktet hier nicht so richtig die Rinde, denke ich es reinhaken soll. Ja, jetzt passt. Geil. Ja, das war jetzt das Türchen für den Zwanzigsten. Wir wollten morgen vormittags, morgen mittags nichts aufmachen. Dann macht's mal gut. Und, ja, Franz, hast du wirklich gut ausgesucht. Muss ich dir wirklich mal gestehen. Also, schön gemacht. Und Türchenchen hat schon eingepackt, wa? Dann macht's mal gut. Bis zum nächsten Video hier auf dem Kanal. Ach so, und mal so Glocke anmachen. Kriegt ihr die restlichen Adventskalenderding auf jeden Fall auch sofort mit. Und allgemein, ich freue mich über Leute, die mir folgen. Also, Glocke, Abo, Daumen nach oben. Kommentar unten rein und macht's gut. Euer Olli. Euer Olli. Euer Olli. Euer Olli. Euer Olli. Euer Olli.